Und hallo und willkommen zurück zu MyTimeAtPortia Oder MyTimeAtPortia, wie ich es manchmal so gerne sage Das ist das manchmal eigentlich ziemlich oft, aber egal Ähm, ich habe mir jetzt ein bisschen Grünzeug mitgenommen, ein paar Kräuter Die sind jetzt nicht so wirkungsvoll, aber ich hoffe es reicht Ich gehe jetzt mal in die Höhle und versuche mal das Ding zu integrieren Und muss mal gucken, was da so rumläuft Die Uhr hat mich gewarnt Also auf in die Höhle Okay Kann ich die... Achso, okay, Gold Bist du angriffslustig? Ja, bist du Schleim habe ich... Okay, okay, da kommt der Nächste Ich muss mir... Uh, Level 1, äh, Level 11 Okay, ich muss auf jeden Fall meine Fähig... Okay, meine Ausweichfähigkeit nutzen Okay, komm her Geschafft Das sind Filze Da bin... Uh, der sieht nicht so lustig aus Das ist ein Riese Das gefällt mir ja gar nicht Kann ich mich da drum herum schleichen? Nein, das ist ein Arena-Kampf Großartig Welches Level hast du denn, du? Okay Oh, oh, oh Komm her, hier Ausweichen Komm her, hier Greif mich an Okay, jetzt kann ich mich anstreffen Uh, das in dieser Rolle ist echt böse Hier, komm her Okay Ausweichen Ich bin gerade ein bisschen leise, aber ich versuche mich zu konzentrieren Ich möchte mich ungern drauf gehen Au, au, au Da hat er mir noch einen mitgegeben Okay Blutstein habe ich gekriegt, krass Okay, das sind also jetzt Kämpfe in der Höhle Das ging ja noch recht einfach, um zu gehen Da ist ja noch ein Blut hier Da steckt sich ein Bandit drin Ach krass, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet Also aufpassen, was man hier kaputt macht Ich weiß noch nicht genau Oh, die Münzen kommen mir aber gerade rechts Ganz gelegen Muss ich zu gehen Und rechtzeitig hier Ich weiß noch nicht, wo ich hinlaufen muss, ne? Es soll hier spuken Da, 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 da Ein Gold Hier ist noch ein Pilz Salz, da ist noch ein Pilz Nehmen wir mit Die will ich zwar nicht essen, aber ich nehme sie mit Jetzt kommen hier auch noch Krieger um die Ecke Banditen Ich wusste es, Banditen So kann ich schnell genug zuschlagen Was ist das? Ohen Salz habe ich gekriegt Sehr gut, dann kann ich noch ein bisschen Steak grillen und so Man hat mir aber nicht gesagt Kommt hier noch ein Bossfight? Ne, da muss ich hin Was ist das denn hier? Zu Abendessen Ja, hör damit Gesundheit, noches Dauer wieder hergestellt Ui, sehr schön Da gehe ich noch nicht hin Ich gehe erst mal hier Klopfen Sehr gut Okay, alles mitnehmen Ich finde super, dass das hier Was ist das denn? Ein Shark, okay Da Ich denke, das ist mal alles mit Keiner gesehen So Hier noch ein bisschen was Sehr gut Ich kann nichts mehr tragen Das ist aber schlecht Ich höre mal und irgendwie essen oder sowas hier Reparieren Generator einschalten Das sollte nicht passieren Das sollte nicht passieren Quik, quik Was geht jetzt ab? Zisch Oh Au, hör auf damit Ich kann das nicht mehr mitnehmen Weil ich keinen Platz mehr habe Kann ich mir das später noch holen? Ne, wahrscheinlich nicht Dann muss ich mir überlegen Was ich wegwerfe Aber die Sachen sind alles neu Das schmeiße ich weg Wegwerfen Alles Jetzt habe ich wieder was mitgenommen Und habe immer noch keinen Platz im Inventar Oh Mann Was ist das? Rauchfleisch Rauchfleisch hält Hält sich für eine sehr lange Zeit Stellt 25 gp wieder her Kann ich das essen? Jo, habe ich gegessen Alles klar Und hier Schön, der kann das im Inventar Großartig Ähm Das wegwerfen Alles Tierknochen Tierknochen sind wichtig Weil brauche ich noch Harz Schmeißig aufweg Das kann ich draußen sammeln Ja Augenmaske habe ich jetzt mitgenommen Okay Was ich daraus machen kann Was ist das hier? Schleim Das Holz will ich ungern wegschmeißen Das ist ein bisschen zu schade Fleisch habe ich hier noch momentan Den Wurm weg Ja, du bist frei Schurkenstirmband Okay Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was sammeln Aber ja Komm, kann ich noch mal zu Abend pressen? Jo Das Metall ist voll Und es liegt auf dem Boden Okay, lass es da liegen Wenn ich noch mal Abendessen holen kann Wäre das nicht schlecht Hallo, mein Freund Komm, hier Emilys Eimer Den muss ich mitnehmen Die sucht nach dem Eimer schon die ganze Zeit Ja, das heißt Ich muss doch was wegschmeißen Das ist jetzt aber doof Und was schmeiße ich jetzt weg? Was ist das denn hier? Getrocknete Apfelringe Stellt wieder her Zehn Ausdauer Essen Emilys Eimer mitgenommen, okay Komm mal hier Oh, Ausweichung Oh, habe ich auf dem Witz gekriegt Da spukt es nicht Hier ist es einfach voll mit Gegnern Hier, krass Hätte ich mal das am Anfang noch mitgenommen Ich hoffe, ich kann das freischalten So wie es aussieht, muss ich hier durch, ne? Ausweichen Au Ich glaube, ich spinne Ich habe doch nur ein Übungs-Schwert dabei Ich glaube, da kommt noch ein Endpost um die Ecke Fürchte ich Gast's Lampe Jetzt muss ich hier noch Sachen mitnehmen Das kann ja heiter werden hier Ähm Wie mache ich denn das jetzt? Da muss ich mal schauen Dann, äh Ruhe mich mal Schleim raus oder so Weiß ich nicht Wie von Käfern aus geschehen Ziemlich eklig Ja, komm, wegwerfen Nimm Gast's Lampe mit Die haben hier alles geklaut Heilung brauche ich bald Warte mal 5 Könne ich das essen? Ja, kann ich Okay, jetzt bin ich wieder fit Komm her, hier, mein Freund Wenn ich dich im richtigen Rhythmus haue Dann kann mir eigentlich nicht so schnell was passieren Wo geht's denn hier eigentlich hin? Es gibt zwei Wege Da lang und da lang Da sind wir Banditen hier Das ist alles voll mit Banditen, ne? Ich würde dich gerne einzeln weglocken hier Komm her, hier Sehr gut Ach, der hat mich fast zum Hauen, du Sauer Kann ich nicht mehr tragen, weil Kein Platz mehr Na toll Da geht's auch noch weiter Komm her, hier Wenn ich auskriege, ich weiß es gar nicht Ich würde die Sachen gerne alle mitnehmen Aber kann ich nicht Da sind noch Stiefe von irgendeinem Komm her Komm her Oh Mann Remington's Schuhe Jetzt weiß ich langsam echt nicht mehr, was ich wegschmeißen soll Ähm Das Teil schmeiß ich weg Okay Remington's Schuhe Ich kann eigentlich Äh, da ist schon wieder irgendwas drin, was ich nicht mitnehmen kann Das nervt mich gerade ein bisschen Hier ist so viel Kram Ich hoffe, ich kann ihn nachher noch mitnehmen Aber wahrscheinlich wird das hier wieder resetet, habe ich die Befürchtung Jetzt tauchen sie schon in Zweiergruppen auf Na komm her Komm her So Okay Komm schon Sehr gut Kann ich euch einzeln hierher locken? Ne, es kommen beide um die Ecke Das gefällt mir gerade gar nicht Ah, ich hab's noch geschafft Auch wenn ich ein bisschen auf den Mütz gekriegt hab Das Fässer kann man die kaputt machen? Ja, kann man Oh, da kommt noch ein Balldieb raus Da muss man ein bisschen aufpassen Man muss alles kaputt machen hier, okay Beziehungsweise man kann hier alles kaputt machen Komm her hier Kristalle würden mich Oh, oh Interessieren Au Jetzt hab ich doppelt auf den Mütz Komm her Komm her Du Bandit Da ist noch einer Komm her Hier Level up Jetzt geh ich den ganzen Weg nochmal zurück Hier Da ist noch einer Okay Von hinten an wir greifen Jawohl, ja Damit hast du nicht gerechnet, ne? So, noch einer Ich kann die Sachen aber nicht mehr mitnehmen Ich hätte ja gerne mehr Platz, um sie zu geben Oh ja Noch einer Der nächste Au Oh, ist ja noch einer Dieser Interversteckte Ich glaube der Weiß ich nicht, was ist das? Oder was? Die Kristalle wären noch wertvoll hier Weil die, ähm Energiekristalle, glaube ich, haben Kiste Kann ich nicht mitnehmen? Ja, kann ich nicht mitnehmen Toll Inventar ist voll Hätte ich zulassen sollen, ne? Was ist das hier? Martha's Dopf Ich kann nichts wegschmeißen, ne? Das Holz Müsste ich wegschmeißen Das ist doch zum Schmeiß es weg Schmeiß ich das alles weg Und wahrscheinlich hätte ich es Nicht wegschmeißen müssen Aber ich mach's trotzdem Da ist noch was Da ist noch was Da ist auch noch was Mindestens krieg ich ein paar zusammen Okay, dann hab ich hier noch Komm mal her Komm her Okay Dann komm mal her Das kann ich noch mitnehmen Die Lampe kann ich nicht mitnehmen Da oben, ne? Ne Das kann ich noch mitnehmen Ja, es ist noch was in den Gang hier übrig Ich würde das gerne noch mitnehmen Aber ich weiß leider nicht wie Ich brauch einfach mehr Platz Inventarplatz ist einfach zu wenig So, jetzt bin ich wieder fast voll. Okay. Die Kristalle würde ich gerne noch einsammeln hier. Das ist ein Problem. Da liegt überall noch was. Ich hoffe, das bleibt hier liegen. Aber ich bin mir nicht sicher, weil das hier ein anderes Gebiet ist. Ähm. Ob das dann so hinhaut. So. Schauen wir mal. Hier ist noch ein Pilz, den kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Boss. Juhu, da ist ein Bossgegner. Ah, ist ja noch einer. Okay, der ist auch weg. Was zu essen. Okay, und hier ist... Beenden. Wie beenden. Die Höhle erkunden. Ich könnte da aber runterspringen. Das sieht mir aber noch ein Bossbattle aus. Ich gehe mal hier auf beenden. Vielleicht kann ich dann da nochmal reingehen. Zurück zum Bosskampf. Ah, sehr gut. Das heißt, ich kann das abladen und kann die Sachen nochmal einsammeln, hoffentlich. Das wäre ganz cool. Ich laufe nochmal zurück, bringe die Sachen weg und komme nochmal wieder. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.